Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Basti liest Harry Potter und der Stein der Weisen. Das große Finale wartet auf uns. Hermine ist zurück zu Ron und Harry ist in den letzten Raum, wo er eine Gestalt gesehen hat, die weder Snape noch Voldemort war. Das nächste Kapitel. Der Mann mit den zwei Gesichtern. Es war Quirrell. Sie stieß Harry hervor. Quirrell lächelte. Kein Zucken war mehr in seinem Gesicht. Ja, ich sagte er gelassen. Hab mir schon halb gedacht, dass ich sie hier treffen würde, Potter. Aber ich dachte Snape. Severus? Quirrell lachte und es war nicht sein übliches schrilles, zittriges Lachen. Es war kalt und scharf. Ja, Sarah scheint der richtige Mann dafür zu sein, nicht wahr? Recht nützlich, dass er umher schwirrt wie eine zu groß geratene Fledermaus. Wer würde neben ihm den armen Professor Quirrell verdächtigen? Harry konnte es nicht fassen. Das durfte einfach nicht wahr sein. Aber Snape hat versucht mich umzubringen. Nein, 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 nein. Ich habe es getan. Ihre Freundin Miss Granger hat mich versehentlich umgerempelt, als sie beim Quidditch-Spiel zu Snape herüberrannte, um ihn anzuzünden. Sie hat meinen Blickkontakt zu ihnen unterbrochen. Ein paar Sekunden mehr und ich hätte sie von diesem Besen heruntergebracht. Ich hätte es schon vorher geschafft, wenn Snape nicht einen Gegenzauber gemurmelt hätte, um sie zu retten. Snape hat versucht mich zu retten? Natürlich, sagte Quirrell Quill. Warum glauben Sie, wollte er beim nächsten Spiel der Schiedsrichter sein? Er wollte dafür sorgen, dass ich es nicht noch einmal versuche. Wirklich eigenartig, wenn Dumbledore dabei ist, kann ich ohnehin nichts ausrichten. Alle anderen Lehrer dachten, Snape wolle verhindern, dass Gryffindor gewinne und damals hat er sich richtig unbeliebt gemacht. Was für eine Zeitverschwendung, wenn ich sie heute Nacht schließlich doch umbringe. Quirrell schnippte mit den Fingern, aus der Luft peitschten Seile hervor, die sich fest um Harrys Körper wickelten. Ihre Neugier bringt sie um Kopf und Kragen, Potter. Sie sind an Halloween in der Schule herumgeschlichen und auf mich gestoßen. Ich wollte mir ansehen, wie der Stein bewacht ist. Sie haben den Treuer reingelassen. Gewiss, ich habe ein glückliches Händchen, wenn es um Trolle geht. Sie haben ja gesehen, wie ich mit dem einen in der Kammer dort hinten angestellt habe. Nun, während alle anderen umher liefen, um ihn suchten, ging Snape, der mich schon im Verdacht hatte, leider geradewegs in den dritten Stock, um mir den Weg abzuschneiden. Und mein Troll hat es nicht nur versäumt, sie totzuschlagen. Dieser dreikäufige Hund hat es nicht einmal fertiggebracht, Snape's Bein ganz abzubeißen. Und jetzt, Potter, warten Sie hier ganz ruhig. Ich muss mir diesen interessanten Spiegel näher ansehen. Erst jetzt erkannte Harry, was hinter Kribble stand. Es war der Spiegel näher Hegeb. Dieser Spiegel ist der Schlüssel zum Stein, murmelte Kribble und klopfte suchend am Rahmen entlang. Typisch Dumbledore, sich so etwas einfallen zu lassen. Aber er ist in London. Bis er zurückkommt, bin ich längst über alle Berge. Harrys Gedanken treten sich einzig darum, wie er Kribble am Sprechen halten und ihn vom Spiegel ablenken sollte. Ich habe sie und Snape im Wald gesehen, plapperte er hastig drauflos. Ja, sagte Kribble gleichmütig, während er und ich um den Spiegel herumging, um sich die Rückseite anzusehen. Da war er mir schon auf die Pelle gerückt und wollte wissen, wie weit ich gekommen war. Er hat mich die ganze Zeit über verdächtigt, hat versucht, mich einzuschüchtern, als ob er das könnte, wenn ich Lord Voldemort auf meiner Seite habe. Kribble kam hinter dem Spiegel hervor und sah begierig hinein. Ich sehe den Stein. Ich überreiche ihn meinem Meister. Aber wo ist er? Harry drückte mit aller Kraft gegen die Fesseln. Doch die Seile gaben nicht nach. Er musste Kribble davon abhalten, seine ganze Aufmerksamkeit dem Spiegel zu widmen. Aber Snape kam mir immer so vor, als würde er mich richtig hassen. Oh, das tut er auch, sagte Kribble nebenher. Himmel, ja. Er und ihr Vater waren zusammen in Hogwarts. Haben sie das nicht gewusst? Sie haben sich gegenseitig verabscheut. Aber er wollte nie, dass sie sterben. Aber vor ein paar Tagen habe ich sie schluchzen gehört. Ich dachte, Snape würde sie bedrohen. Zum ersten Mal huschte ein ängstliches Zucken über Kribbles Gesicht. Manchmal, sagte er, fällt es mir schwer, den Anweisungen meines Meisters zu folgen. Er ist ein großer Zauberer und ich bin schwach. Sie meinen, er war in diesem Klassenzimmer bei Ihnen. Harry blieb der Mund offen. Er ist bei mir, wo immer ich bin, sagte Kribble leise. Ich traf ihn bei meiner Reise um die Welt. Damals war ich noch ein einfältiger junger Mann mit dem Kopf voll lächerlicher Vorstellungen über Gut und Böse. Lord Voldemort hat mir gezeigt, wie falsch ich dachte. Es gibt kein Gut und Böse. Es gibt nur Macht und jene, die zu schwach sind und nach ihr zu streben. Seit damals bin ich ein treuer Diener, auch wenn ich ihn viele Male enttäuscht habe. Er musste sehr streng mit mir sein. Kribbles zitterte plötzlich. Fehler vergibt er nicht so einfach. Als es mir nicht gelungen ist, den Stein aus Krünger zu stehlen, war er äußerst missvergnügt. Er hat mich bestraft und beschlossen, mich näher im Auge zu behalten. Kribbles Stimme verlor sich. Harry fiel der Besuch in der Winkelgasse ein. Wie konnte er nur so dusselig gewesen sein? An jedem Tag hatte er Kribble dort gesehen und ihm im tropfenden Kessel die Hand geschüttelt. Kribble flucht leise vor sich hin. Ich verstehe nicht. Ist der Stein im Inneren des Spiegels? Sollte ich ihn zerschlagen? Harry raste der Kopf. Was ich im Augenblick mehr als alles auf der Welt möchte, dachte er, ist, den Stein vor Kribble zu finden. Wenn ich in den Spiegel schauen würde, müsste ich mich eigentlich dabei sehen, wie ich den Stein finde. Und das heißt, ich würde wüssten, wo er versteckt ist. Doch wie kann ich hineinsehen, ohne dass Kribble bemerkt, was ich vorhabe? Er versuchte sich ein wenig nach links zu bewegen, um vor das Glas zu kommen, ohne Kribbles Aufmerksamkeit zu erregen. Doch die Seile waren zu fest, um seine Knöchel gespannt. Er stolperte und fiel zu Boden. Kribble achtete nicht auf ihn. Er sprach immer noch mit sich selbst. Was tut dieser Spiegel? Wie wirkt er? Hilf mir, Meister. Und zu Harrys Entsetzen antwortete eine Stimme und diese Stimme schien von Kribble selbst zu kommen. Nutze den Jungen. Nutze den Jungen. Kribble drehte sich zu Harry um. Ja, Potter, komm her. Er klatschte einmal in die Hände und Harrys Fesseln fielen von ihm ab. Langsam kam Harry auf die Beine. Komm her, wiederholte Kribble. Schau in den Spiegel und sag mir, was du siehst. Harry trat zu ihm. Ich muss lügen, dachte er verzweifelt. Ich muss hineinsehen und ihm darüber belügen, wie ich sehe, was da alles ist. Kribble stellte sich dicht hinter ihn. Harry atmete den merkwürdigen Geruch ein, der von Kribbles Turban auszugehen schien. Er schloss die Augen, trat vor den Spiegel und öffnete sie wieder. Er sah zuerst sein Spiegelbild bleich und verängstigt. Doch einen Augenblick später lächelte ihn das Spiegelbild an. Es hob die Hand in die Tasche und zog einen blutroten Stein hervor. Es zwinkerte ihm zu und ließ den Stein in die Tasche zurückkleiden. Und in diesem Moment spürte Harry etwas schweres in seiner wirklichen Tasche fallen. Irgendwie, unfasslicherweise, besaß er den Stein. Nun, sagte Kribble ungeduldig, was siehst du? Harry nahm all seinen Mut zusammen. Ich sehe mich, wie ich Dumbledore die Hand schüttelte, reimte er sich zusammen. Ich, ich habe den Hauspokal für Gryffindor gewonnen. Kribble fluchte erneut. Aus dem Weg, sagte er. Harry trat zur Seite und spürte den Stein der Weisen an seinem Bein. Komm her. Es war, was? Konnte er es wagen zu fliehen? Doch er war keine Frummschritte gegangen, als eine hohe Stimme ertönte, obwohl sich Kribbles Lippen nicht bewegten. Er lügt. Er lügt. Potter, komm hier zurück, rief Kribble. Sag mir die Wahrheit. Was hast du gesehen? Lass mich zu ihm sprechen, von Angesicht zu Angesicht. Meister, ihr seid nicht stark genug. Ich habe genügend Kraft dafür. Harry hatte das Gefühl, als würde ihm eine Teufelsschlinge auf dem Boden anwurzeln. Er konnte keinen Muskel bewegen. Versteinert sah er zu, wie Kribble die Hände hob und seinen Torbahn abwickelte. Was ging da vor? Der Torbahn fiel zu Boden. Kribbles Kopf sah seltsam klein aus ohne ihn. Dann drehte er sich langsam auf dem Absatz um. Harry hätte geschrien, aber er brachte keinen Ton hervor. Wo eigentlich Kribbles Hinterkopf hätte sein sollen, war ein Gesicht, das schrecklichste Gesicht, das Harry je gesehen hatte. Es war kreideweiß, mit stierenden roten Augen und eines Schlangen gleich Schlitze als Nasenlöchern. Harry Potter flüsterte es. Harry versuchte, einen Schreck zurückzutreten, doch seine Beine wollten ihm nicht gehorchen. Siehst du, was aus mir geworden ist, sagte das Gesicht, nur noch Schatten und Dunst. Ich habe nur Gestalt, wenn ich jemanden Körper teile. Aber es gibt immer jene, die willens sind, mich in ihrem Herzen und Köpfen einzulassen. Einhornblut hat mich gestärkt in den letzten Wochen. Du hast den traurigen Kröbel gesehen, wie er es im Wald für mich getrunken hat. Und sobald ich das Elixier des Lebens besitze, werde ich mir meinen eigenen Körper erschaffen können. Nun, warum gibst du mir nicht diesen Stein in deiner Tasche? Er wusste es also. Plötzlich strömte das Gefühl in Harrys Beine zurück. Er stolpete rückwärts. Sei kein Dummkopf, schnarrte das Gesicht. Rette besser dein eigenes Leben und schließ dich mir an. Oder du wirst dasselbe Schicksal wie deine Eltern erleiden. Sie haben mich um Gnade angefleht, bevor sie gestorben sind. Lügner, rief Harry plötzlich. Kröbel ging rückwärts auf ihn zu, sodass Voldemort ihm im Auge behalten konnte. Das böse Gesicht lächelte jetzt. Wie rührend zischte es. Ich weiß Tapferkeit immer zu schätzen. Ja, Junge, deine Eltern waren tapfer. Ich habe deinen Vater zuerst getötet und er hat mir einen mutigen Kampf geliefert. Aber deine Mutter hätte nicht sterben müssen. Sie hat versucht, dich zu schützen. Gib mir jetzt den Stein, wenn du nicht willst, dass sie umsonst gestorben sind. Niemals! Harry sprang hinüber zur Flammentür. Doch Voldemort schrie, pack ihn! Und in diesem Augenblick spürte Harry, wie Quirals Hand sich um seine Handgelenke schloss. Sogleich schoss ein messerscharfer Schmerz durch Harrys Narbel. Sein Kopf fühlte sich an, als wollte er in zwei brechen. Er schrie und kämpfte mit aller Kraft und zu seiner Überraschung ließ Quirbel ihn los. Der Schmerz in seinem Kopf ließ nach. Friedrich blickte er sich nach Quirbel um und sah ihn vor Schmerzen zusammengekauert, auf dem Boden sitzen und auf seine Finger starren. Vor seinen Augen trieben sie blutige Blasen. Pack ihn, pack ihn! kreischte Voldemort erneut. Mit einem Hechtsprung riss Quirbel Harry von den Füßen. Harry fiel auf den Rücken. Quirbel war auf ihn, mit beiden Händen fest um seinen Hals. Harrys Narbel machte ihn fast blind vor Schmerz. Doch er hörte, wie Quirbel laut ausschrie. Meister, ich kann ihn nicht festhalten. Meine Hände! Meine Hände! Und obwohl Quirbel Harry mit den Knie auf den Boden presste, ließ er seinen Hals los und starrte entgeistert auf seine Handflächen, die, wie Harry sehen konnte, verbrannt waren und fleischigrot glänzten. Dann töte ihn Dummkopf und scherlich fortschrie Voldemort. Quirbel hob die Hand, um einen tödlichen Fluch auszustoßen. Doch Harry streckte unwillkürlich die Hand aus und presste sie auf Quirbels Gesicht. Quirbel rollte vor ihnen herunter, nun auch im Gesicht überseht mit Brandblasen. Und jetzt wusste Harry, Quirbel konnte seine nackte Haut nicht berühren, ohne schreckliche Schmerzen zu leiden. Seine einzige Chance war, Quirbel festzuhalten, und ihm anhaltende Qualen zu bereiten, sodass er keinen Fluch aussprechen konnte. Harry sprang auf die Füße, griff Quirbels Arm und packte so fest zu, wie er konnte. Quirbel schrie und versuchte Harry abzuschütteln. Der Schmerz in Harrys Kopf wurde immer heftiger. Er konnte nichts mehr sehen. Er konnte nur Quirbels schreckliche Schreie und Voldemorts Rufe hören. Töt ihn! Töt ihn! Und auch andere Stimmen, vielleicht in seinem Kopf, die riefen Harry! Harry! Er spürte, wie Quirbels Arme seinen Griff entwunden wurden, wusste, dass nun alles vorbei war und fiel ins Dunkle. Tief, tief, tief. Vor seinen Augen glitzerte etwas Goldnes. Der Schnatz. Er versuchte, nach ihm zu greifen, doch seine Arme waren zu schwer. Er plinzelte. Es war gar nicht der Schnatz. Es war eine Brille. Wie merkwürdig! Er plinzelte wieder. Das lächelnde Gesicht von Alpes Dumbledore tauchte verschwommen über ihn auf. Guten Tag, Harry, sagte Dumbledore. Harry starrte ihn an. Dann kam die Erinnerung. Sir, der Stein. Es war Quirbel. Er hat den Stein. Sir, schnell! Beruhige dich, mein Junge. Du bist nicht ganz auf der Höhe der Ereignisse, sagte Dumbledore. Quirbel hat den Stein nicht. Wer hat ihn dann, Sir? Ich. Harry, bitte beruhige dich, oder Madame Pomfrey wirft mich am Ende noch hinaus. Harry schluckte und sah sich um. Er musste im Krankenflügel sein. Er lag in einem Bett mit weißen Leintüchern und neben ihm stand ein Tisch, der aussah wie ein Marktstand voller Süßigkeiten. Gaben von deinen Freunden und Bewunderern, sagte Dumbledore strahlend. Was unten in den Kerkern zwischen dir und Professor Quirbel geschehen ist, ist zwar vollkommen geheim, doch natürlich weiß es die ganze Schule. Ich glaube, deine Freunde, die Herrn Fred und George Weasley, zeichnen verantwortlich für den Versuch, dir einen Toilettensitz zu schicken. Zweifellos dachten sie, es würde dich amüsieren. Madame Pomfrey jedoch meinte, es sei vielleicht nicht besonders hygienisch und hat ihn beschlagnahmt. Wie lange bin ich hier? Drei Tage. Mr. Ronald Weasley und Miss Granger werden sehr erleichtert sein, dass du wieder zu dir gekommen bist. Sie waren höchst besorgt. Und wie es hier weitergeht und das große Finale kommt im nächsten Port. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich würde mich freuen. Bis dahin macht's gut. Euer Basti. Tschüssi. Bis dahin macht's gut. Tschüssi. 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 Tschüssi.